Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening Video. Heute mal wieder mit, wie anders zu erwarten, Chroma 3 Kisten. Und wir fangen einfach mal an. Wir nehmen die letzte. Es beginnt immer wieder spitzenmäßig. Das beginnt echt spitzenmäßig. Abgesägte Schrotflinte. Abgesägte Schrotflinte. Da war grad ne, war da grad ne Stat-Track-UMP? Alla Schwede. Stat-Track-UMP, das wär was. Okay. Wär die noch in... Wär die noch in FN, die UMP? Dann wär die, glaub nur 100 Euro oder so. Ich glaub, sind wir nicht ganz sicher. Äh, sind wir eigentlich bloß blau oder so? Wir haben wie das Gefühl, ne? Immer schön hier. Ahhhh. Ja, das ist auch kein Knife. Haben wir denn angefangen hier? Okay, vier Stück noch. Und bleibt doch... Ja, natürlich. Ich hätte das genommen oder ich hätte das genommen. Alter, nicht. Dann scheiß hier. Ganz ehrlich, was ist falsch? Ventilatoren. Und nochmal den Atlas. So, eine Kiste noch. Das sind vier Lilla, liebe Leute, ja. Vier Lilla. Und was krieg ich? Ja, also lief nicht so gut. Kampfspun, Kampfspun, Fabrik Null. Ja, ich bedanke mich, was du schon sagst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weiss, bis zum nächsten Mal. PFAS